Toll, ne Rune 1. Was ist hier hinter? Nichts. Nichts. Nichts, okay. Da ist nichts. Aber das ist wie gesagt einfach ein anderes Gebiet als das, was wir vorhin in dem anderen Tunnel gesehen haben. Also das ist bad shit crazy. Wobei es kann natürlich sein, dass der Aufzug einfach nur nach da oben führt. Im Prinzip müssten wir das einmal überprüfen, ob das so ist. Das ist nämlich glaube ich so. Der Aufzug hat ja zum Beispiel auch nicht besonders lange gebraucht, um hier hinzukommen. Das darf man auch nicht vergessen. Ah ja, okay. Das ist gut. Eine Karte wäre ganz nice, damit ich einschätzen kann, wie riesig der Scheiß schon wieder hier ist. Schleusentor von Einsel. Also fassen wir zusammen. Nicht nur, dass die Oberwelt absurd groß ist. Es gibt noch Unterwelt, die ebenfalls absurd groß ist. Schmiedestart. Und ja, ich habe nicht vergessen, dass wir am Anfang von Einsel diesen Gang hinter uns noch nicht gegangen sind. Den wir auf jeden Fall aber gehen müssen. Elden Ring, meine Freunde. Elden Ring einfach. Macht einen schon ein bisschen fertig, ne? Es ist auch schön, dass wir offenbar in diesem gesamten Gebiet auch Geister herbeirufen können, so wie das aussieht. Das da oben haben wir jetzt auch noch nicht gelootet. Das da oben auch nicht. Das können wir nur von dem Ameisenbau aus. Garstein. Ja, das müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass wir hier nochmal zurückkehren. Geister, Geister, Geister. Okay, verstehe. Ich bin hier also nicht erwünscht. Rumpfingermedizin, Wurfdolche. Wie tötet man das Ding? Ich muss es irgendwie schaffen, an dem Ding vorbeizukommen. Also so zum Beispiel. Oh, noch mehr Ameisen. Die. Horn-Talisman der Immunität. Mehr Gassteine. Kristallwurf-Pfeil. Horn-Talisman der Immunität. Ein Accessoire der Ahnenjünger. Erhöht die Immunität. Die Immunität bestimmt die Resistenz gegen Gift und Fäulnis. Angeblich ist dies ein spießendes Horn. Die Ahnenjünger glauben, dass Hörner langlebiger Bestien wie Geweihe wachsen und sich Jahr um Jahr erneuern, bis die Bestie sich eines Tages in einen Ahnengeist verwandelt. Schön, dass ihr euch das vorstellt. Geschmolzener Pilz. Es ist ja schön, dass es dieses Ameisenkönigreich hier gibt, aber ich verirre mich hier völlig. Man verliert doch völlig die Orientierung hier. Bei den ganzen Wegen, die es hier gibt. Wo zum Beispiel ist das denn jetzt schon wieder? What the fuck? Wie creepy ist das denn? Oh, nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Easy war denn der jetzt? Eisiger Blitzspeer. 12.000. Was ist hier abgegangen, bitte? Guckt euch diesen riesigen Herrscher da oben an. That's absolute creep. Wo überhaupt, wo genau bin ich hier überhaupt? Drachenblutsoldat von Noxstellar. Na, dann können wir ja den anderen bestimmt auch besiegen mittlerweile, oder? Komet, wo ist denn das? Wo ist denn der eisige Blitzspeer? Magische Schimmel, eisige Waffe ist es nicht. Ist das überhaupt... Hallo. Hä? Ach. Stößt mit einem eisigen Blitzspeer von oben zu. Eine Anrufung, die die Macht der Drachenblutsoldaten kanalisiert. Glaube 34. Ja gut, dann ist es nichts, was für mich in Frage kommen könnte. Glauben werden wir wohl eher nicht... Auch noch leveln, das können wir einfach nicht. So viele Stufen steigt man hier doch gar nicht mehr auf. Oh, das sieht nach einer wertvollen Truhe aus. Große Geistertallilie. Da unten ist einfach... Da ist einfach was. Ich weiß allerdings nicht, ob man diesen Sprung überleben würde. Deswegen lasse ich es jetzt besser. Das ist doch einfach nur krank, was hier abgeht. Du läufst durch irgendwelche Tunnel eines Ameisenkönigreichs und kommst dann hier in so einem Gebiet raus, wo ein fetter Drachenblutsoldat darauf wartet, dich zu zerquetschen. Und diese schreienden Gestalten hier, die nach Erlösung betteln... Oh Gott, das ist... Das ist really creepy. So, dann wären wir aber wenigstens hier an der Seite durch. Mehr ist hier nicht. Und das reicht auch. So, wenn mich nicht alles täuscht, kamen wir von da. Von da drüben. Das heißt, wir können noch hier lang. Nein, 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 nein. Nicht die, nicht die. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich diese Basilisten hasse. Die können einen ja... ...einen versteinern. Was ist das jetzt schon wieder? Was? Das ist völlig unmöglich. Es ist völlig unmöglich, dass wir hier noch überall lang gehen können. Das kann nicht sein. Ich weigere mich, das zu glauben. Ja, Seife. Hätte er die mal nicht fallen lassen. Wie viele Gebiete kann es in einem Spiel geben? Elden Ring. Ja. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist richtiges Flexen, was From Software hier macht. Wie heißt dieser Ort jetzt wieder? Unterlauf der Einsel. Ich weiß halt auch nicht, ob dieses Gebiet wieder so groß ist wie Siofra. Weil Siofra muss man halt immer noch dazu sagen, dass wir ja noch gar nicht alles gesehen haben. Zumindest kam es mir nicht so vor. Und wir brauchen mittlerweile 27.000, um eine Stufe aufzusteigen. Das ist natürlich auch harter Torwart. Da muss man ja wirklich schon mehrere Bosse töten, um irgendwo landen zu können. Naja, es kommt drauf an, in welchem Gebiet. Da bringen die Bosse ja durchaus sehr unterschiedliche Anzahl an Runen. Ich will halt, ich will diesen fucking Komet machen, ne? Ruhl-Palast-Ruinen. Wir haben es irgendwie hier reingeschafft. Und hier ist erstmal ein Händler. Das ist ja auch mal wieder typisch. Ach Gott. Nice. Karte von Einsel gefunden. So, wir sind hier gestartet. Wir hätten auch hier oben... Ey. Wir hätten auch hier oben lang gehen können. Von dem anderen Tunnel aus. Von dem ich euch erzählt habe. Wobei, man weiß nicht, ob man da überhaupt durchgekommen wäre. So, und jetzt sind wir hier lang gegangen. Hier... Von hier aus haben wir in dieses andere riesige Gebiet geguckt. Was da noch sein muss. Oder das war hier. Ich bin mir nicht sicher. So, und hier waren wir vorhin. Und haben nach hier unten geguckt irgendwie. Das ist doch krank. Das ist doch... Wieso macht man sowas? Ja. Oh, verlorene Kriegsasche. Himmelstau. Erweitertes Handwerksrepertoire. Handbuch des Parfumeurs. Kostet aber erstmal sauviel. Ich komme wieder, wenn ich mir das leisten kann, du Geizhals. Ich muss jetzt erstmal das Ding da oben töten. Ich muss jetzt noch das Ding da oben töten. Triple Kill. Tja, das ist das Problem. Solange das Ding da oben herum schwirrt... Ist es schwer hier überhaupt irgendwas machen zu können? Ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt so gedacht ist, dass ich das Ding töten kann. Das ist wieder der Start hier. Das ist wieder der Start. Oh Gott. Ah, die fett. Ah. Die Leute. Oh, fuck. Goldene Rune. Oh. Okay, von hier nicht. Wie komme ich da rüber? Da ist die Säule. Führt die Säule hin. Da oben. Muss da oben rauf. Aber wie kommt man da oben rauf? Das ist doch irgendwie eine Möglichkeit, gegen da hochzukommen. Hier sehe ich aber nirgendwo eine Leiter oder ähnliches. Ich weiß nicht, warum der Typ mir nicht einfach mal irgendwas verrät. So nach dem Motto, ja du kannst das und das machen. Und dann schafft es. Das hilft mir aber auch nicht. Ja, das geht nicht. Ah, ich bin aber auch dumm. Es ist andersrum. Ich muss von da hinten aus da hoch. Also die Frage ist nicht, wie komme ich da hoch, damit ich da rüberkomme, sondern halt andersrum. Au. Wie komme ich da rüber? Pass. Oh. Es muss eine Möglichkeit geben. Es muss sie geben. Hier ja auch nicht, ne? Irgendwie versteckt oder so? Nein, 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 nein. Hier ist doch blöderweise keine Stelle, die hoch genug wäre. Wie viele das einfach sind. Geht doch weg. Let me live. Schild fett. Schilder fett. Ich weiß es nicht. Ich weiß es aktuell nicht. Ich kann da keine Möglichkeit sehen. Ich weiß nur, dass wir von da aus, da oben hinkommen und dann können wir den absneaken, abtöten. Ich kann mich fucking nicht teleportieren hier. Ich kann mich einfach stoppen, ich werde euch wegspammen. Das gilt immer noch als Kampf. Man kann es nicht glauben. Geht doch. Brunnen, Boden, an der Einsel. Schleusentor. Also wir müssen erstmal dahin zurück. Das haut mich alles echt raus, ey. Das ist so heftig. Das ist alles so heftig. So, und jetzt versuchen wir mal. Hier lang zu gehen. Okay, man kommt hier gar nicht lang. Man kommt nur runter am Ende wahrscheinlich. Hier liegt aber was. Magie fett. Das ist so heftig. Okay. Ah, hier ging es nicht lang. Wir mussten doch noch ein weiter. Junge! Du weißt wohl nicht, wann Schluss ist. Okay, die lassen sich offenbar nicht stören, auch nicht schlecht. So. Einmal gab es hier diesen Loot. Schmiedestein 4 und einmal gab es hier diesen Loot. Himmelstau. Haben wir das auch erledigt. Tja. Und wie wir jetzt hier weiterkommen. Oh. 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 Wartet mal. Hier sind wir noch nicht lang gegangen. Und das könnte auf die andere Seite führen. Es führt auf die andere Seite. Ja. So. Du Pissknecht. Oh. 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 Der stört uns jetzt hier nicht mehr. nicht. Oh. Oh-oh. Oh. alles erkundet haben, wie mir scheint. Wobei man vielleicht da oben noch irgendwie hinkommt. Nice. Jetzt haben wir hier unsere Ruhe. Und jetzt können wir von ihm diese Kackbücher kaufen. Ne, tut man wirklich nicht. So. Handbuch des Nomadischen Kriegers 16. Handbuch des Parfümeurs 4. Und die kaufen wir auch. So. Was bringt uns das? Nachschauen. Handbuch des Parfümeurs 4. Ätzender Sprühnebel. Ja, das klingt wie eine Sache, die einem ein Parfümeur verkaufen würde. Und das frosttauernde Bolie, stimulierende Bolie. So. Und von hier aus kommt man jetzt hier lang. Das war ein sehr interessantes Konzept mit diesem was auch immer er war. Und ich nehme mal an, dass er nicht respawnt. Das würde mich zumindest sehr wundern. Ja, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Das war eigentlich auch gar nicht das, was ich tun wollte. Aber wo wir dann plötzlich in diesem Gebiet gelandet sind, war es natürlich logisch, dass wir uns das zumindest einmal ansehen. Aber es ist, also dieses Spiel ist simply crazy. Es ist simply crazy. Das ist echt, man kann sich das nicht ausdenken. Naja, From Software hat es sich ausgedacht. Wir sind einfach ein Meister ihres Fachs. Oder Meister ihres Fachs. Und Meisterinnen. Ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure. Bis zum nächsten Mal wieder.